Hallo Freunde und willkommen zurück zu Watch Dogs. So, wir sind irgendwo ganz woanders als da wo wir aufgehört haben. Man spawnt anscheinend immer in irgendeinem Versteck. Und ich würde sagen, wir machen doch mal gleich... Warte mal, was ist das da denn eigentlich? Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jeder dieser mysteriösen Kisten enthält hergestellte Tools und in der Nähe befinden sich jeweils verworfene Audio-Logs. Finden Sie alle 9 Kisten um eine spezielle Mission freizuschalten. Um mehr über die geheimen Hintergründe zu erfahren. Oh, okay. Blablabla, entstellt hergestellte Tools. Also wahrscheinlich irgendwelche Störsender und Granaten oder sowas. Ah, das hier scheint noch ein separates Gebiet zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ansonsten, ich hätte eigentlich auch mal Lust auf so ein paar Nebenmissionen gerade. Was, was ist das da denn? Ja, was? Nein, das da. Guck mal, der wechselt immer zu dem anderen. Warum kann ich nicht da drauf visieren? Ist ja komisch. Egal, auf jeden Fall fahre ich da mal hin. Fahren ist gut, ohne Fahrzeug. Okay, Auto auf Abruf. Nein! Raus da! Oh, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal irgendeine Schwierigkeit mit der Mission sogar noch. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Okay, die sehen doch ganz schick aus. Was haben wir hier denn sonst eigentlich noch? So, hier und da haben wir jetzt ja was freigeschaltet, aber so richtig viel auch irgendwie noch nicht, ne? Ich hätte eigentlich gerne mal ein anderes Motorrad noch. Okay, nehmen wir erstmal, ähm, da, den da. Äh, bestellen. So. Was ein Zufall. Steht sofort da um die Ecke. Okay. So. Dann rein da. Rum. Erstmal Sounds. Oh, ein bisschen laut, die Sounds. Ah, so. Jetzt, äh, überleben das meine Ohren vielleicht. Okay. So. Aber ich will jetzt nicht zu diesem Augensymbol, beziehungsweise ich kann auch mal gucken, was das eigentlich ist. Aber eigentlich will ich zu dem anderen Symbol. Da stand nämlich irgendwas mit herstellen und ich, äh, frage mich die ganze Zeit schon, ob ich irgendwie Waffen oder sowas damit auch herstellen kann. Oder ob es dann nur um, ich sag mal, Granaten und so geht. Komme ich hier irgendwie hoch? Nein, tue ich nicht. Aber vielleicht von vorne aus. So, schauen wir mal. Getränkeautomat. Können wir den auch einfach hacken? Ja, ne? Können wir ein paar Getränke mitnehmen? Ist auch nicht die wollen, dass alle... Toll, kann ich die nicht mitnehmen, die Sachen? Oh, ist ja stumpf. Wahrscheinlich geht's irgendwie, aber ich bin gerade mal wieder zu unfähig. Keine Ahnung. Okay, so. Ach, das war die Kacke hier mit den Sachen herstellen. Warte mal. Das ist der gleiche wie letztes Mal, oder? Ich hab den ja bedroht letztes Mal aus Versehen. Na, scheint wieder alles okay zu sein. So, aber auch jetzt, äh... Ich sehe nicht, wie ich irgendwas... Tja, wie ich irgendwas herstellen kann. Hm, egal. Muss ich dann vielleicht nochmal nachgoogeln oder sowas. Vielleicht wird's auch noch in der Hauptstory weiter erklärt. Das weiß ich jetzt nicht. Nehmen wir einfach mal das Auto hier. Vielleicht haben wir das noch nicht. So. Und dann würde ich sagen... Handschuhe vor Club 134. Ja, immerhin. Geht's auch direkt zur Hauptmission. Vielleicht kommen da auch noch weitere Instruktionen. Wobei... Hoppala. Unsere nächste Mission ja irgendwas ist von wegen... Für diesen Jordi Shun oder wie der heißt. Irgend so ein... Äh... Fahrtauftrag zu machen. Irgendwohin zu fahren. Oder irgendwen abzuholen oder so. Warte mal. Lass mich erstmal testen hier. Och, schade. Ich dachte eigentlich, dass das Ding da genau reinfährt. Lel. Okay. Kann man lustig mitspielen. Okay. Ähm... Mal schauen, was das genau ist. Schlechter Beifahrer. Die wollte ich ja eigentlich letztes Mal, glaube ich, schon starten. Die Mission. Und dann kam ja diese... Diese Nebenmission quasi mit dem Hacker, ne? Oh, warte mal. Das Auto da würde ich zum Beispiel gerne haben. Aber das schalte ich doch jetzt nicht frei, indem ich mich einfach da reinsetze, oder? Handschuhverküppeln, halt elektronische Teile. Auto auf Abruf. Müsste ja bei Leistung sein wahrscheinlich. Ach, das ist wahrscheinlich der Papa Vero hier. Den hab ich quasi schon mal... ...gefahren. Aber dann... ...kostet der halt trotzdem noch Geld. Ja, okay. So, dann... ...machen wir mal die Mission hier. Und schauen mal. Okay, irgendwer wird verfolgt. Den muss ich jetzt anscheinend einfach abholen. Nehmen wir das mal glatt in Angriff. So, einfach hin, ne? Keine Ahnung. Besondere Infos gab's ja nicht irgendwie. Ich will kein Radio hören. Oder ist das wohl wichtig? Wahrscheinlich, der Motor ist so leise. Ah, ja, okay. So, Polizeiverfolgung. Ähm, aus drei Phasen. Scan. Weichen Sie den gelben CTOS-Scan-Bereichen aus. Verfolgung. Hängen Sie die Polizei, indem Sie den Sichtkontakt unterbrechen. Und dann nach Suche verlassen Sie den grauen Suchbereich oder verstecken Sie sich, bis der Timer abgelaufen ist. Okay. Also hier durch den Bereich darf ich nur ganz kurz einmal durch. Bin ich ja auch gleich wieder raus. Sehr gut. Dann geht die Prozent unten rechts auch wieder auch schön runter. Sieht man sehr gut. Dann sind wir gleich bei dem Typen. Oh Gott, wie komme ich da genau rein? Ich glaube, tatsächlich sogar hier hinten herfahren. Da muss er anscheinend was hacken. Na, liegt da eine Leiche im Auto? Ich hoffe, du hast eine Inhalte oder du bist tot. Ich bin der Motor. Fuck, Mann. Was hat dir so lange dauert? Du hast ein Auto, das Ding hat auf die Hölle. Nein. Okay, wo ist dein Auto? Das ist der Job. Okay, komm mal, lass uns gehen. Naja, wir hätten schon ein Auto. Vor allem, weil in dem Einschusslöcher und so sind, ist ja schon ein bisschen auffällig. Okay. Unauffälliges Fahren, ähm, wie sie suchenden Gegnern entkommen. Verlassen sie das Suchgebiet unbemerkt. Sie können sich, ähm, auch mit F in einem parkten Fahrzeug verstecken. Auf kurze Distanz können Gegner, die ihn trotzdem erkennen, treten sie aufs Gaspedal mit W, um ihr Fahrzeug wieder zu starten. Okay. Also unauffällig fahren. Oh, warte, das ist nicht unauffällig, wenn ich mich da... Oh, 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 oh. Aber wie verlasse ich jetzt das Gebiet passend? Versuch mal unauffällig, hier mitzufahren. Dann fahre ich wahrscheinlich am besten hier rechts. Oh, da kommen mir genau Polizisten entgegen, wie ich das sehe. Ja, ähm, fahre ich da straight ran vorbei, oder erkenne die mich dann wohl? Scheiße. Straight ran vorbei. So. Nein, fuck. Ah, scheiße. Bin ich nicht unauffällig genug gefahren? Ich habe mich halt trotzdem erkannt wahrscheinlich, weil Einschusslöcher in dem Auto waren, ne? Ah, Mist, okay. So, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Also, wir dürfen uns in dem Prinzip gar nicht nähern. Das ist eher jetzt so der Trick anscheinend. Ich weiß, egal, wie wir fahren. Hauptsache, schön weit wegbleiben von denen. Da kommt jetzt einer quer. Dann fahre ich mal da. Aber wie soll ich denn das Gebiet verlassen, wenn das abgeriegelt ist? Witzbolde, äh. Scheiße, ich bin jetzt da. Wo muss ich denn hin? Ach, ich habe doch ein Ziel. Achso. Ah, bin ich schon gewundert. Okay. Warte mal, wo fährt das Auto jetzt her? Es fährt doch jetzt hier die Straße entlang, ne? Das sieht mich hier wahrscheinlich nicht. Was, die sehen mich echt? Die sehen mich, die sehen mich, die sehen mich, die sehen mich? Kommt der jetzt hier reingefahren? Ich hoffe nicht. Ne, er fährt weiter. Oh, zum Glück. Alter, dass der mich über die Distanz mal eben so gesehen hat? Oder ist der Heli jetzt? Kommt der vielleicht straight durch? Dann sieht der uns, glaube ich, nicht. Scheiße, da kommt ein Polizeiauto von vorne. Von vorne, aah. Schubi-du-bi-du. Okay. Liefern sie den Flüchtigen unentdeckt ab, okay? Nach wohin abliefern? Da hinten irgendwo. Machen wir auch ein Navi erstmal an. Was bedeutet, du bist ein Freund? Du hast einen Eski. Oh, fuck, Mann. Sie sagten, du warst gut. Du hast es geschafft. Oh, okay. Doch noch halbwegs vernünftig geschafft. So, liefern wir den mal ab, wo auch immer genau. Also, wo auch immer der jetzt hin will. In dem Versteck wahrscheinlich. So. Schubi-du. 500 Meter noch. Das geht. Oh, oh. What the fuck. Respektiere den Straßenverkehr. Weil ich will eigentlich die Brücke hier immer so, ne? Lel, 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 lel. Und dann sehen wir, wie alle Unfälle bauen. Ah, eben habe ich aus Versehen die Ampel gemacht. Ah. Das ist immer so ein bisschen komisch und fragwürdig, was denn eigentlich gerade anvisiert ist. Ich hätte zum Beispiel schwören können, dass da halt Brücke stand. Auch beim ersten Mal schon. Und nicht erst beim zweiten da. Gut, okay. War das die Mission insgesamt schon? Ah, doch noch nicht. Warum ist der Klubboss mit uns? Er hat nicht mit uns. Mit dich. Oh, okay. Hehehehe. Hush. Hush. Es ist alles vorbei, son. Ich habe ihn, Elise, oder? Das ist das, was wichtig. Das ist, was wichtig. Das ist wie die Welt sich verletzt. Nicht viel Platz für schraubbe. Oh, ich verstehe, Herr Quintan. Das war nicht mein schraubbe. Das war nicht. General, jetzt bitte. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Ich habe eine Chance, zu sprechen mit deinem Mutter. Ihr Freund? Ihr Freund? Ihr Freund? Nein, Herr. Ich war in eine Runde. Das ist gut. Sehr gut. Ohhhhhhhhhh. Ohhhhhhhhhh. Come on. Ohhhhhhhhhhh. Ohhhhhhhh. What the, fuck. Halten wir uns da raus? Wir sind doch aus der Beifahrerseite ausgestiegen. Wir halten uns die Kneppe da raus, oder? Ah, come on! Ich kann dir sagen, dass du einen Arbeitgeber bist. Ich kenne wieder. Wenn ich noch etwas brauche, eine andere Behandlung. Oh... Hauptsache, es gibt ordentlich Cash. Sonst war es das nicht wert. Schubidu! Komm schon, gebt mir euer Geld! Das ist genau das, was ich versuchte, um wegzunehmen. Es kommt immer wieder hart. Das kann nicht wieder passieren. Okay. Oh, jetzt kommt schon wieder der Nippo, Alter! Ja, sicher. Ich weiß nicht, ob ich sie nehmen werde. Gib ihm meinen Namen. Wer sagt, kein Geld mehr, oder? Oh, und seitdem du gefragt hast, Maurice ist einfach gut in seinem neuen Haus. Wie weit wir womit sind. Hier sind halt lauter Nebensachen so. Hier haben wir halt alles, was man online mit anderen Spielern machen kann. Hier eben, naja, die ganzen Minispiele. Hier quasi die ganze... Ja, hier steht ja auch Hauptmissionen und Nebenmissionen eben. Also ich werde mich halt vorwiegend schon auf die Hauptmissionen konzentrieren. Ist aufgeteilt in fünf Akte eben. Beim ersten Akt haben wir jetzt quasi drei Neuntel geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze durchspielen werde. Der letzte Akt ist ja auch quasi nur noch eine Mission, die wahrscheinlich dann aber super lange dauern wird. Wollen wir mal schauen. So, ich wollte einmal gerade gucken. Jetzt sind meine Missionen beendet. Ich hoffe erfolgreich, weil das Symbol da oben sieht ein bisschen komisch aus. So. Überlebenspuzzle spielen. Das will ich mal ausprobieren. Einfach so ein Minigame mal testen gerade. So. Schachmattfahrer vermeiden. Oh Gott, nee, nee. So richtig Denkspiele habe ich jetzt nicht so Bock drauf gerade. Was face to face? Du musst versuchen, einen Mann mit einer Maske zu suchen. Keine Maske. Nur folgt mein Signal. Ich dachte, du wolltest nie zu treffen. Ich nicht. Du willst nicht spielen. Aber wir müssen uns treffen. Okay. Mein Ding. Also so Minispiele und so. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel selber habt, könnt ihr die ruhig machen. Ich denke, das ist auch an sich nicht besonders spektakulär. So, hier könnte ich mir einen Kaffee holen. Aber ich bin mir sehr unsicher, ob das jetzt was bringt. Nehmen Sie die Freischaltung der Fokusfähigkeit. Einen Moment Zeit und erfrischen Sie sich mit einem Getränk. Dass Ihre maximale Fokusdauer erhöht. Meinetwegen. So, wenn ich jetzt nur einen Kaffee gekauft habe und nicht mehrere Millionen. So, was ist das mit Kaffee trinken? Das war es anscheinend schon. Tja, mein Fokus erhöht. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht genau, was das im Klartext heißt. Also, ich arbeite mich ja einfach so durch. Ich bin ja anscheinend doch noch so gar nicht weit. Ich dachte, ich hätte zumindest einen größeren Teil des ersten Aktes, sag ich mal, fertig. Aber mit einem Drittel des Ersten haben wir ja gerade mal ein Fünfzehntel vom Insgesamten so gerechnet. Von daher machen wir einfach mal direkt weiter. So, fahren wir, würde ich sagen, diese Folge einfach gerade noch zum Missionsziel hin. Nächste Folge machen wir die Mission. Und wenn uns Zeit bleibt, können wir ja am Ende der nächsten Folge vielleicht noch dann mal in ein Waffengeschäft oder so noch mal fahren. Und dann frage ich mir gleich beim Kumpel, der gerade eben angekommen ist, auch noch mal ein paar Sachen nach. Bezüglich zum Beispiel da diesem Auto kaufen und so, ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob das vielleicht nachher günstiger wird. Okay, das war's für diesmal. Hier machen wir gerade noch den Geldautomaten. Das geht immer zwischendurch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, wenn dem so ist. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge. Tschö! 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 Tschö!